Ich flehe darum, dass ich den Boss schaffe, so wie ihr darum fleht, dass ich mal endlich die Klappe halte. Aber ehe der Boss nicht fällt, könnt ihr das vergessen. So, und, na komm, trifft mich nochmal, da hole ich mir das Stück Leben. Ha, kannst mir nix, aber du. Und den hätte ich voll vergessen. Was ist das? Der sieht komisch aus. Der sieht echt komisch aus. Der sieht nicht nur komisch aus, der sieht auch verdammt komisch aus. So, so, so. Aber nicht so mehr so lachen komisch, sondern eher so anders komisch. So, was weiß ich viel. Halt nicht normal. Die sehen eigentlich alle nicht so normal aus. Die sehen aus wie aus der örtlichen Irrenanstalt entsprungen. Oh, ah, das soll bestimmt ein Pirat sein oder sowas. Äh, glaub ich. Matrose. Sogar mit angedeutetem Kopftuch. So, jetzt aber. Wo bin ich schon? Ich bin schon hier. Ich bin schon wieder im zweiten Teil des Levels. Das Level ist ja auch gar nicht so lang, aber... Der Boss ist eine Qual. Sag ich mal. Scheiße. Scheiße. Gleich kommt der... Gleich kommt der... Da ist er. Das Wahlboot. Hurra. Ein Walfischbrot. Brot. Walfischbrot. Mh, lecker. Walfischbrot. Ach. So. Und hoppa. Und den ganzen Scheiß nochmal. Und ich krieg wieder Lebensenergie. Hoho. Und wenn ich jetzt nix falsch mache, komme ich sogar mit vollem Life an den Boss. Das wäre ja so übel. Scheiße. Scheiße. Ich hab das Ding getroffen. Ich hab... Nein. Ist das... Ist das die Möglichkeit, ey? Ist es so scheiße. Ist es so scheiße. Ist... Was... Was soll der Kack? Alter. Ach so. Dieses Ding lässt sich doch anscheinend nicht dadurch beeinflussen, sondern es geht irgendwann von mir ab. Schön zu wissen. Jetzt hab ich aus Versehen, äh, ich mein, ungewollt Waffenenergie verschwendet, obwohl... Äh, was soll's. Brauch ich eh nicht beim Boss. Ich benutze meinen Megabuster und der ist auch nicht gerade das Beste gegen ihn, aber... Scheiß drauf. Jetzt ist mir das auch alles egal, denn ich will weiterkommen. Oh, hättest du doch mal ein bisschen Leben fallen lassen können. Nein. Nicht für Exido. Nicht für Megaman und für gar keinen. Und... Wenigstens hab ich kein Leben verloren bis... Bis hierher. Hurra. Ach komm, geh weg. So. So. Also jetzt läuft's noch halbwegs. Oh, jetzt kommt's... Jetzt kommt's wieder dicke. Wie oft noch? Ah, scheiße. Puh. Fast wär's passiert. Oh, Mann. Ah, shit. Shit. Fuck. Ah... Also so ist er schon mal... Echt. Scheiße. Fünf, sechs, sieben, acht. Ah, okay. Acht. Acht. Acht ist ne scheiß Zahl für mich jetzt. Äh, nein. Acht ist die Glückszahl meine jetzt. Scheiße. Scheiße. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, nein. Fuck. Er ist daneben... Äh, gegab... Ja. Ja. Das Ding ist tot. Es ist tot. Der... Der Scheißpirat. Captain Jack ist... Nein. Captain Jack, lass mal. Captain Jack ist toll. Aber, äh, hier. Der... Captain Hook... Cook... Thomas Cook ist tot. Alter, was ist das denn? Schwarz auf pink. Ui. Remote Mine? Also ne Mine gegen was aus Feuer, das würde ich dann wohl sagen, ist dann doch nicht so die Waffe, die ich wollte. So, weiter geht's. Achso, speichern will ich gar nicht. Aber... Mei. Ich benutze eh Safe States, von daher... So. Ist in dem Shop was Neues passiert? Oh, geil. Oh, geil. Der Shop hat neue Sachen bekommen. Was ist Fliegeldingens? Jetzt muss ich's rausfinden. Oh, ich... Ich mach erst mal Licht hier. Es geht gar nicht. So kann ich nicht lesen. Ähm, was haben wir? Wir haben hier einen... Eddie. Ja, ich hab den in nem anderen Teil fälschlicherweise Beat genannt. So, Rush haben wir. Was bringt Rush? Also, was Eddie bringt, weiß ich. Der wirft, äh, Items ab, wie's aussieht. So, komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Ich find... Ich find einfach Rush hier nicht. Ah, Rush Search. Oh Gott. Der sucht CDs. Nein, danke. Was ist Auto? Auto. Haben wir irgendwo gehabt? Auto Charger. Und Auto Recover gibt's. Und das ist der Auto Charger. Und der... Was macht... Ähm... Damit lädt sich mein Buster automatisch auf. Hat natürlich Vorteil für meinen Daumen, aber ansonsten nicht so wirklich. Ähm... Was haben wir hier noch? Was ist da? Ich bin irgendwie überfordert hier mit den ganzen... Ah, Super Recover ist das hier. Ähm... Für die, die es noch nicht kennen aus anderen Mega Man Teilen... Das Ding... Ähm... Wie soll ich sagen? Erhöht halt die Regeneration durch Items, die man aufsammelt. So, was ist dieses komische Ding? Ich find's noch. Ich find's noch. Bla bla. Ja, ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen. Ich hab hier drei Blätter rumliegen. Und... Äh... Dauert das schon mal ein bisschen länger. Und wie es aussieht, finde ich hier zu diesem komischen Ding... Gar nichts. Doch da... Enemy Analyzer. Ja, Roll kann dadurch die Schwächen der Gegner analysieren. Da das hier ein völlig Blind Let's Play ist, dadurch, dass das japanisch ist, bringt mir das alles nichts. So, jetzt haben wir hier noch den da. Was ist er? Was ist er? Was ist er? Eins, zwei, drei, vier... Ah, hier, Cost Attack. Äh, Cost Attack. So. Äh, wenn der Charakter auf... Ähm... Low Energy ist, dann... Was? Achso, wenn er diese komische... Äh... Oh, ich sterb gleich Animation macht. Also sich am Bauch hält zum Beispiel, sind die Schüsse doppelt so stark. Was bringt mir jetzt am meisten? Und... Beziehungsweise was kann ich überhaupt kaufen? Rush Search ist scheiße. Auto Charge brauche ich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ach, im Grunde gerade gar nichts, was ich irgendwie haben will. Okay, dann machen wir mal endlich weiter. Was? Ich komm schon dorthin? Nein, danke. Das lassen wir noch. So, wir haben einen Piraten kaputt gemacht und... Ich geh jetzt auf gut Glück zu dem Feuerkerl, weil ich hab... Ja... Ich hab Bomben und... Ich hab... Ähm... Eis. Also irgendwas muss helfen. Alter, Burner, man. Voll der Burner, ey. Wenn ich mit euch fertig bin, dann Burner, Mr. So tight seid ihr. Ah, fuck. Oh, fuck. Ich mach's mir ja heute wieder richtig einfach. Ja, ich bin da so einer. Der... Brauch's halt so. Der muss es einfach machen. Ah, scheiße. Warum duckt der sich auch? Der wär schon längst tot. Äh, nein. Das war ja die Stage. Scheiße. Schöne Scheiße. So. Jetzt komm, mach nochmal was. Mach nichts. Lass mich hier durch. Und dann ist okay. Oh, fuck. Stimmt. Das war noch die Stage von gestern. Ganz tolle Stage. Wuhu. Und hoppa. Und nochmal hoppa. So, und da ich ja jetzt nix weiter zu erzählen hab, kann ich ja die Zeit mal wieder nutzen und... Ich weiß nicht. Ich war heute mal auf meinem YouTube-Profil und hab da gesehen, wo meine Abos wurden mal wieder... ähm... na... Refreshed hier, upgedatet. Sprich, es wurden neue Videos von meinen Abos hochgeladen. oder von meinem Abo von dem einen, wo was hochgeladen wurde. Bei dem Rest war nix. Okay, ich hab nur zwei Abos. Einmal... Funk-Royal und dann... Eck von Schleck. So ein... Typen, der auch Let's Plays machen will. Und... Ja. Upsa. Das war klar. Ich hab nur noch zwei Balken. Hurra. So. Und Eck hat halt... äh... Videos hochgeladen. Und zwar von einem Let's Play Megaman X. Ja.